Was ist Rosenrot und lebt im Meer? Richtig, ein Meerjungsoll. Wählen wir in den Nationalrat und fallen wir ins kalte Wasser. Für mich ist die Wahl in den Nationalrat nicht ein unvorbereiteter Sprung ins kalte Wasser. Aber bevor ich mich in die heissen Wahlen stürze, gibt es noch ein bisschen abgewaltig. Wie ihr seht, ist das Trinkwasser eines unserer wichtigsten Güter. Ohne das gibt es kein Leben in der Schweiz. Das Wasser der Haare fliesst gleichzeitig frei und eingedämmt. Das symbolisiert Freiheit und Sicherheit. Weiter kann man erkennen, ich werde auch im Bundeshaus nicht immer mit dem Strom schwimmen, sondern dort, wo es nötig ist, gegen Strom. Aus unabhängigen Politiker schwimmen ich natürlich manchmal richtig gegen Strom einsetzen. Und manchmal wird man halt in der Politik auch kalt duschen. Und für eine kalte Dusche bin mir nicht schade. Ein bisschen Wasser in die Flasche. Wasser fallen, nicht nur hier auf dem Bundesplatz, sondern auch im Bundeshaus. Und gegen die ewigen Währleute. Lassen wir das Wasser hier und tragen sie nicht nach Bern. Was. immersos. Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal.